Ich hab dich noch nie so gesehen. Gab es in deinem Traum viel Sand? Ja, sehr viel, aber darum geht es nicht. Wir müssen nach Mos Espa. Ich muss mich vergewissern, dass es meiner Mutter gut geht. Ich hab dich noch nie so gesehen. Ich hab dich noch nie so gesehen. Ich bin mir in der Politik zu studieren. Ich habe mein Leben lang für die Rechte von Gungans gekämpft und möchte endlich was bewirken. Und ich habe gehört, die Kinder von heute können von Senatsanhörungen gar nicht genug kriegen. Aus dem Weg. Ich bin an der Reihe. Meine Kräfte haben sich seit dem letzten Mal hier verdoppelt. Wie lange hat man sich seit dem nächsten Mal hier geführt. Jetzt wird er die Tränen von Gungans geschossen. Hast du einen Teudarianer gesehen? Einen verschlagen aussehenden Typen, der in einer Gasse lungert? Vielleicht nicht in einer Gasse, aber er lungert definitiv. Womöglich lauert er sogar. Mein Kollege leitet Zielübungen, um sicherzustellen, dass wir auf eine Rückkehr der Kampfdroiden vorbereitet sind. Wie gut seid ihr? Braucht ihr Training? Es gibt Preise für die besten Schützen. Wir drüben! Es gibt bei mir übrigens neue Tipps, nur falls ihr mal vorbeischauen möchtet. Ich habe neue Tipps, aber ich habe neue Tipps, aber ich habe neue Tipps. es sei denn ihr wollt der kleine meine mutter wo ist sie ich habe sie verkauft vor jahren schon an einen feuchtfarmer namens lanze geschäft ist geschäft wo ist ihre farm ein gutes stück weg von hier geht raus in die wüste und sucht nach wasserdampf evapulatoren Willkommen in der Wüste von Tatooine. Hier kann man viel Spaß haben, wenn man Sand mag. Nun schau was. Hier kann man viel Spaß haben. Wenn die anderen Druiden in der Werkstatt von Meister Owen sitzen und darauf warten wollen, dass das Ölbad sich von selbst repariert, sollen sie doch. Ich bin jedoch nicht so naiv. Und nun entschuldigt mich. Ich muss in der Wüste jemanden finden, der Reparaturen durchführen kann. Was für ein Schlamassel. Dieser Sand gelangt wirklich überall hin. Drei P.O.? Der Hersteller. Obermeister Annie. Ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmie ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Möglicherweise gefällt dir nicht, was du dort vorfindest. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter finden. Meister Anakin, denke wirklich, ihr solltet... Los, drei P.O. Du kommst mit mir. Oh, je. Ich... Ich spüre etwas. Hier lang. Meine Mutter ist hier. Irgendwo. Nein. 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 Warum konnte ich sie nicht retten? Anniken, mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Kurosan. Ich habe den Kopfgeld-Tippel-Jumberfett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Klon-Einrichtung auf Camino. Dann zu den Ruinen-Gießereien auf Diorotis. Count Dooku stellt dort eine Druin-Name zusammen. Warte. Anniken, bleib wo du bist. Beschütze diese Natur und koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du froh hast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Gehen bitte. Untertitelung des ZDF, 2020